Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Titanfall, yeah, so wir spielen heute mal ein bisschen Titanfall, also eine Runde, und ja, irgendwie kommt mir so vor, als wenn das Mikrofon ein bisschen, aber nur ein bisschen falsch eingestellt ist, wisst ihr auch immer, ich weiß es nicht, sollte uns jetzt aber auch nicht stören. Dann, wir spielen Titanfall, mal gucken, ob mein Ping hier nicht wieder so hoch ist, wie sonst immer, weil das riecht schon ganz schön auf, mittlerweile, komm, ja, mach ich. Bravo 4, an Bord! Pilot, wir erhalten es für zwei Minuten Einsatzbereit. Feindliche Piloten gesichtet. Sichtung eines feindlichen Piloten beschädigt. Erstmal nachladen und weiter geht's. Hm, 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 hm. Pilot, wir erhalten es in 60 Sekunden Einsatzbereit. Hm, 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 hm. Du hässlicher Wichs-Mongo. Dich krieg ich. Da ist ein Pilot auf dem Titan. Er ist einfach rausgesprungen. Pilot, hier Titan ist in 30 Sekunden Einsatzbereit. Verstanden? Häh? Will irgendwie heute nicht klappen. Pass auf Ihr Signal. Du hässlicher Wichs. Du hässlicher Wichs. Wir führen Pilot ausgeteilt. Mhm. Hm. Yay. Wir werden es auch nicht. So. So. Gott, mehr wollte ich gar nicht wissen Oh Mann Oh, ich muss mich immer erst einzocken Alter, wie kommst du da so schnell hin? Achtung, feindlicher Pilot Ihr Ereizteil ist startklar Warte auf Ihr Signal An alles, die Milit hat die Oberhand Aber noch können wir die Situation unter Kontrolle bringen Feindlicher Pilot gesichtet Die Sichtung eines feindlichen Piloten bestätigt Da kommt ein verbündeter Pilot durch Möchtest du mit Sunderland gehen? Glauben Sie mir, ich spiele in einer völlig anderen Liga Sie müssen Ihnen nur zusehen Feindliche Piloten gesichtet Richtung eines feindlichen Piloten bestätigt Er wird es online Warte auf Ihr Signal Wenn du mal weh tun würdest, wäre ich der Erste Kommt Kommt Hi Bye 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 Warnung! Ihre Befeindpiloten attackieren Sie! Warnung! Feindpilot als Mord erkannt! Sie sollten aufsteigen und die Gefahr direkt besagten! Warnung! Ihr Ersatzteinträchtigt zwei Minuten für Einwärtsverheilung. Wir führen Sie los! Auszeichnet! Wir liegen vorne, Pilot! Weiter! BAM! BAM! Reißen Sie sich endlich zusammen und fallen Sie einen klaren Sieg ein! Warnung! Die Ersatzteinträchtigen sind 30, die Kosten für Einsatzbereiche. Warnung! 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 Hop hiện auf! So. 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 Was ist denn die Home-Taste? Option, Maustastatur, Tastaturbelegung. Nehme ich. Haben wir jetzt gewonnen? Ja, wir haben gewonnen. Ja, und ich bin so scheiße. Also 2, 1, 8, 6. Ja. Ja, darüber lässt sich reden. Aber ich muss dazu sagen, ich habe jetzt ein paar Monate nicht gespielt und von daher Herausforderung. So, Stufe 9. Yeah, bitch. Oh, ich weiß, was wir heute noch machen werden. Gut. Verbünden zur privaten Lobby, bitch. Komm. 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 Stimmt, die Waffe wollte ich ja auch nochmal testen, ja, stimmt. Das machen wir aber am nächsten Part und deswegen, bis dahin, ciao.